Herr Bietze, Sie sind Chef von Datacorp. Was ist das für eine Firma und wo sind wir hier? Dataport ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts, also eine öffentliche Einrichtung. Wir gehören den norddeutschen Ländern und Sachsen-Anhalt. Wir sind also im öffentlichen Eigentum. Unsere Aufgabe ist, IT für die öffentliche Verwaltung zu machen, einschließlich auch den Kommunalbereich. Wir sind hier im Rechenzentrum von Dataport, in einem von zwei Rechenzentren von Dataport. Welche Art von Daten wird hier verwaltet? Alles, was die öffentliche Verwaltung so tut und was sie tut, sind Daten zu verarbeiten für unterschiedliche Zwecke. Einwohner, Meldewesen, Personaldaten, Haushalts- und Kassenwesen, Justiz, Polizei, alles, was Sie sich denken können, was mit der öffentlichen Verwaltung zu tun hat, wird hier in diesen Rechenzentren gerechnet. Ein erheblicher Teil dieser Verwaltung, gerade auch im Desktop-Bereich, passiert ja mit Software von Microsoft. Welche Bedeutung hat Microsoft für die öffentliche Verwaltung? Also wir haben im Einsatz Standardsoftware, proprietäre Software, genauso wie auch Open-Source-Software. Es gibt Bereiche, in denen diese proprietäre Software gang und gäbe ist. Dazu gehört beispielsweise SAP, ist auch proprietäre Software, genauso aber wie die Software von Microsoft, die einfach, von denen die Leute sich gewöhnt haben, die eingeführt ist und die eine quasi de facto Monopolstellung hat. Wie läuft denn das praktisch ab? Also man muss ja für Microsoft immer neue Lizenzen kaufen. Wie oft kaufen Sie diese Lizenzen? Und gibt es dafür dann eine öffentliche Ausschreibung? Und wie läuft das praktisch ab? Ja, es gibt dort in der Tat auch richtige Verfahren. Es gibt Verträge, die eine bestimmte Laufzeit haben, in der Regel drei Jahre, manchmal mit den Verlängerungsoptionen. Aber das ist der normale Zyklus, in dem dann diese Beschaffungen dann auch stattfinden. Und die Beschaffungen laufen insofern so statt, dass es einen Rahmenvertrag gibt, den der Bund organisiert. Und dann gibt es einzelne Handelspartner, die man sich suchen muss. Die muss man in der Tat dann auch ausschreiben und finden, die zu speziellen Konditionen dann die Software da zur Verfügung stellen. Aber ausgeschrieben wird dann nur diese eine oder die Software für diese eine Marke? In der Tat, das ist so. Also das wäre so, als wenn der Staat bei der Beschaffung von Autos für seinen Vorberg sagt, so und jetzt machen wir eine Ausschreibung unter Volkswagen-Händlern. Ja, der Rahmenvertrag ermöglicht die Beschaffung dieser Software. Darüber muss man jeweils im Einzelfall entscheiden. Und was Sie sehen müssen, ist, dass es auch neben der Abhängigkeit, die von der Software besteht, auch eine Abhängigkeit gibt durch die einzelnen Fachverfahren, die wir im Einsatz haben. Es gibt viele Fachverfahren, die eben einfach auch nur mit einer bestimmten Form von proprietärer Software auch kommunizieren und sich austauschen. Was für Fachverfahren sind das? Das ist meistens alte Software, die bereits auf diesen Standard eingeschwungen ist und die noch nicht über die Schnittstellen verfügt, über die offenen Standards verfügt, um auch andere Software dann auch reinzubinden. Das ist völlig egal, für welche Fachlichkeit, das ist jetzt meistens eine Frage von Alter und Software. Also Fachverfahren für bestimmte amtliche Vorgänge? Genau. Kindergeld oder? Genau, das reicht von Sozialhilfe über Jugendhilfe, über Personalabrechnung, über, über, über. Und diese Fachverfahren, die sind dann verflochten mit Software von Microsoft. Was ist das? Sind das die Office-Dokumente oder ist es das Windows-System? Erstmal unterscheidet sich der öffentliche Sektor vom privaten Sektor durch eine unglaubliche hohe Komplexität von Fachverfahren. Da haben wir ganz salopp gesagt, im E-Commerce geht es um das Geschäftsmodell Ware gegen Kohle und im öffentlichen Sektor gibt es Datenverarbeitung zu ganz unterschiedlichen, vielfältigen Zwecken. Von der Sozialverwaltung über das Einwohnermeldewesen, Polizei, Justizpersonal, Haushalt und Kassenwesen. Das sind also ganz unterschiedliche Zwecke und deswegen auch viele unterschiedliche Fachverfahren. Was eine Reduktion von Komplexität darstellt bei diesem Fachverfahren, ist, dass nicht jedes Fachverfahren seine Textverarbeitung neu baut. Wäre sinnwidrig. Sondern man versucht dann sofort auch auf eine Software zu setzen, die auch sonst gebräuchlich unverwendet wird. Und das ist klassischerweise, typischerweise die Welt von Microsoft, die dann auch eingebunden ist in diese Standardfachverfahrens-Software. Aber damit ist ja die gesamte öffentliche Hand von einem amerikanischen Softwarekonzern abhängig. Ist das nicht auch gefährlich? Abhängigkeit kann entstehen sowohl von proprietärer Software als auch von Open-Source-Software. Das Abhängigkeitsproblem haben wir immer. Was das Management, die Herausforderung an das Management ist, ist, dass wir diese Abhängigkeit reduzieren. Und deswegen fahren auch alle, jedenfalls wir in unserem Rechenzentrum, auch alle Fälle eine Strategie, wo wir auf mehrere Hersteller, immer auf mehrere Hersteller setzen. Entweder mehrere Hersteller proprietärer Software, aber auch Open-Source-Software. Wir reduzieren also Abhängigkeit dadurch, dass wir Betriebssysteme unterschiedlicher Softwarehersteller einsetzen, auch Open-Source, dass wir Datenbank-Software einsetzen, unterschiedliche Hersteller, proprietär auch Open-Source, und dass wir auch Kodiersprachen, also Programmiersprachen, unterschiedliche Hersteller auch Open-Source einsetzen. Auf diese Weise reduzieren wir strategisch die Abhängigkeit von nur einem Hersteller. Aber nur da, wo das eben nicht gebunden ist, über diese Fachverfahren. Genau. Da kommen Sie ja nicht raus, weil diese Fachverfahren müssen Sie ja ständig überall anwenden. Aus dieser Abhängigkeit bei den einzelnen Fachverfahren kommt man raus über den normalen Innovationszyklus. Also immer dann, wenn alte Software abgelöst wird, kann man neue Software suchen, die über die entsprechenden Schnittstellen auch verfügt, sodass man andere Software auch einbinden könnte. Jetzt ist ja ganz viel Software extra für die öffentliche Hand entwickelt worden und ist dann Ihrerseits aber auch wieder proprietär. Also, wenn man so will, auf das große Microsoft-Monopol haben viele kleine regionale Monopole aufgesetzt. Ist das richtig? Also wir haben bei den Fachverfahren ganz wenige Konstellationen bisher, ganz wenige Konstellationen, wo wir wirklich von Monopolen sprechen müssen und wo wir diese Abhängigkeiten haben. Wir haben zum Glück in den meisten Fällen, gerade im Kommunalbereich, zwei, drei oder vier Hersteller. Das ist gut. Im Bereich der großen Verwaltung, wie im Justizbereich und im Polizeibereich, gibt es meistens große Entwicklerverbünde, sodass wir dort auch einen gewissen Wettbewerb, also wir haben zumindest vergleichbare Systeme, wo man sich dann immer noch entscheiden könnte, ob man das eine oder das andere wollte. Man muss aber auch sehen, dass der Markt des öffentlichen Sektors kein richtiger Wettbewerbsmarkt ist. Gerade da, wo es immer spezieller wird, es programmiert keiner Standardsoftware für eine deutsche Spezialverwaltung, weil er die im europäischen Ausland überhaupt nicht verkaufen könnte. Aber viel von der Software, die für die öffentliche Hand entwickelt wird, ist doch Ihrerseits proprietär. Da wäre es nicht viel sinnvoller, wenn ein Körperschaft, ich sag mal ein Bundesland, ein neues Verfahren entwickelt, um das neue Asylbewerberleistungsgesetz umzusetzen, wenn man das Verfahren dann auch gleich Open Source machen würde, sodass alle anderen das auch verwenden könnten? Also diesen Mechanismus von, wenn Software entwickelt wird im öffentlichen Sektor, also eine Institution das macht, dass sie auch den anderen zur Verfügung steht, das gibt es. Diesen Mechanismus gibt es. Es wird zum Beispiel im Bereich der Steuerverwaltung einheitlich ein Programm eingesetzt, was von fünf Ländern führend für alle anderen Bundesländer, einschließlich des Bundes auch entwickelt wird. Oder wir haben eine Entwicklung, Fachverfahrensentwicklung im Bereich der Justiz und auch der Polizei nach dem gleichen Mechanismus. Und das ist nicht einer für alle, sondern der eine macht es für die eine Hälfte und der andere macht es für die andere Hälfte. Also wir kennen solche Mechanismen von Ausdruckbeziehungen. Aber auf jeden Fall findet das auch nicht statt, ne? Ja, da wo ein Markt da ist, findet es nicht statt. Und da wo ein Markt ist, also im Bereich der kommunalen Software zum Beispiel, gibt es sowohl öffentliche Einrichtungen, die Software herstellen, als auch private Einrichtungen, die Software herstellen. Sodass sich die einzelne Kommune entscheiden kann, ob sie das eine will oder das andere will. Weil ich weiß vom Fall München, die hätten sich sehr gewünscht, dass man die Verfahren, die sie brauchen, eben nicht nur für München entwickeln muss, sondern dass viele Städte gemeinsam diese Open-Source-Verfahren entwickelt hätten. Das hätte für die Münchnern einen Haufen Geld gespart. Ja, den Fall München kenne ich jetzt nicht so genau wie Sie, aber der Fall München könnte man auch problematisieren unter dem Gesichtspunkt. Der Fall München ist eben auch ein Fall München. Also die Software, also Standardsoftware, ja, ob Reinwohner, Meldewesen, da gibt es zwei, drei Produkte. Außer im Kassenwesen gibt es vier, fünf Produkte. Das Einzige wirklich de facto, der Jube-Monopol haben wir im Bereich des Standesamtswesens, aber das ist das Einzige. Wenn jetzt aber so viele Programme mit den Systemen von Microsoft verflochten und verbunden sind, hat das nicht auch ein inhärentes Sicherheitsproblem, wenn man Programme in der öffentlichen Verwaltung betreiben muss, deren Quellcode nicht mal die Sicherheitsbehörden untersuchen können? Also die öffentliche Verwaltung setzt, weil sie Abhängigkeit reduzieren will und auch muss immer auf eine Strategie, auf mehrere Hersteller, mehrere Plattformen aufzusetzen. Was aber in vielen Fällen nicht geht. Ja, aber sie muss das auch machen. Und das Sicherheitsargument ist eins, was sowohl bei proprietärer Software gilt, als auch bei Open-Source-Software gilt, nur ambivalent ist. Bei proprietärer Software kann ich den Nachteil haben, dass ich in den Quellcode nicht gucken kann. Ich könnte es mir aber vertraglich zusichern lassen, es zu tun. Aber ich habe den Vorteil, dass ich jemanden habe, dem mir Gewährleistung bietet, der also dafür haftet, wenn ich ein Sicherheitsproblem habe. oder der auch den Vorteil bietet, dass er, wenn ein Sicherheitsproblem da ist, mir sehr schnell ein Update liefert, damit diese Sicherheitsmücke geschlossen wird. Bei Open-Source habe ich den Vorteil, dass man jederzeit in den Code gucken könnte, wenn ich die Kapazitäten habe. Aber ich habe den Nachteil, dass ich mir einen Partner erst organisieren muss, der mir die Gewährleistung auf mein Produkt bietet, was ich daraus hergestellt habe. Und ich habe auch den Nachteil, dass ich die Community derjenigen, die das entwickelt haben, nicht kenne. Also sozusagen kein institutionalisiertes, rechtlich verfasstes Vertrauen in diese Community aufbauen kann. Aber wenn der staatliche Sektor da gemeinsam vorgehen würde, dann würde er ja genau solche Strukturen schaffen. Ja, daran kann man in der Tat überlegen, ob man eine Community bildet, die Open-Source-Produkte auch herstellt. Und deswegen sagte ich ja, Multi-Bender-Strategie, also eine Strategie, die auf mehreren Plattformen beruht, es gibt durchaus Beispiele, wo Software entwickelt wird, vom öffentlichen Sektor auf Open-Source-Basis. Untereinander auch. Auch untereinander auch zur Verfügung stellt, auch in Kooperationsbeziehungen. Es ist also nicht so, dass wir schwarz-weiß haben, sondern wir haben eine Diskussion über die Abhängigkeit. Wir wissen, dass wir Abhängigkeit reduzieren müssen und wir versuchen über verschiedene Strategien diese Abhängigkeiten von Fall zu Fall auch zu minimieren. Wir müssen dabei abwägen zwischen unterschiedlichen Übeln. Was allerdings im Fall Microsoft bisher nicht so besonders gut gelingt. Also ich habe gesehen, dass zum Beispiel die Bundesverwaltung ihre Ausgaben für Microsoft-Lizenzen in den letzten zehn Jahren um mehr als 100 Prozent steigern musste. Microsoft ist in der Tat eine echte Herausforderung. Nicht jetzt wegen Microsoft, sondern wir reden über den Erfolg, über den Erfolg eines Produktes, an das sich die Nutzer, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Sektors, wie auch im privaten Sektor, gewöhnt haben. Es ist ja nicht nur so, dass die öffentliche Verwaltung Microsoft-Produkte einsetzt, sondern Microsoft-Produkte werden auch eingesetzt von der Wirtschaft und auch im privaten Sektor und werden auch in den Hochschulen eingesetzt und, 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 und. Also wir haben sozusagen eine Eingewöhnungskultur an diesem Mechanismus und deswegen ist es eine echte Herausforderung, auch da Alternativen zu schaffen. Diese Alternativen kann man schaffen, es gibt sie ja zum Teil auch. Was man braucht, sind Rahmenbedingungen. Man braucht vor allen Dingen auch ein Verständnis, ein Grundverständnis einer europäischen IT-Politik, die diese Rahmenbedingungen auch schafft und auch fördert. Das muss man aber auch wollen und das soll auch tun. Bisher ist dieser Wille nicht da, oder? Ich glaube, dass, was die Frage von der Entwicklung einer europäischen Industrie angeht, da fallen mir spontan ganz andere Industriefelder ein, wo sich die Europäische Kommission sehr viel stärker engagiert hat, als gerade die Entwicklung von solcher Software. Denken Sie an die Automobilbranche. Ja, zum Beispiel. Oder auch den Luftfahrtverkehr. Oder den Luftfahrtverkehr, genau. Aber es gibt ein vergleichbares Projekt, auch was von der, wenn man so will, was genau so eine große Herausforderung war. Nämlich, dass die Europäer irgendwann gesagt haben, es kann nicht sein, dass wir bis in alle Ewigkeit von den amerikanischen Satellitennavigationen abhängig sind. Wir brauchen eine eigene, unabhängige Satellitennavigation. Wäre, also das Galileo-Projekt, Sie kennen es, ne? Wäre nicht im Grunde, wir brauchen eine eigene Betriebssysteme und Office-Software, um unabhängig von Amerika zu sein, wäre das nicht ein vergleichbares Projekt? Klar, es ist ein vergleichbares Projekt, aber es ist eine Riesenherausforderung. Und es ist immer einfacher, etwas Neues, eine neue Herausforderung mit neuer Technologie zu bewältigen, als zu versuchen, eine Schlacht von gestern nochmal neu zu schlagen, die man möglicherweise mit viel Geldeinsatz dann auch verliert und deswegen Geld verbrennt. Das ist eine ganz wichtige industriepolitische Weichenstellung. Also man könnte zum Beispiel ernsthaft darüber reden und muss auch darüber streiten und ringen, ob es nicht klüger ist, das Geld, was man hat und was man zur Verfügung hat, in die Entwicklung von Modellen für Automatisierung, für autonomes Fahren, für die Projekte der digitalen Transformation einzusetzen, als ausgerechnet eine Schlacht der Vergangenheit, die man schon mal verloren hat, nochmal zu schlagen. Ja, Sie sagen Schlacht der Vergangenheit, aber das Problem ist ja aktuell nicht gelöst. Also amerikanische Konzerne stehen unter amerikanischem Recht und man muss schon damit rechnen, je nachdem, wer in Washington regiert, dass dieses Recht auch so eingesetzt wird, dass dann über diese Software Spionage oder auch Ausforschung von Bürgern in Europa durchgeführt wird, selbst wenn diese Unternehmen selber das gar nicht wollen. Sie müssen es nach amerikanischem Recht ermöglichen. Das kann uns doch auch jederzeit passieren, oder? Die Diskussion über, wie wir reduzieren wir Abhängigkeit, wie schützen wir die digitale Souveränität des Staates und unserer Datenverarbeitung, ist eine, die uns für große Herausforderungen stellt. Und wir kapitulieren auch nicht vor dieser Herausforderung, sondern wir verfolgen ganz unterschiedliche, intelligente Strategien, um diese Abhängigkeit auch zu reduzieren. Dazu gehört die Strategie, auf mehrere Plattformen zu setzen. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass wir als Dataport ganz offensiv sagen, Software für den öffentlichen Sektor gehört auch an ein öffentlich-rechtliches Rechenzentrum, weil die Firewalls kontrollieren wir und nicht andere. Und dass wir überall da, wo es geht, auch eine Open-Source-Strategie auch fahren, um die Abhängigkeit zu reduzieren. Aber es ist ein langer Weg, es ist ein steiniger Weg. Und dieser lange und steinige Weg bedarf der Unterstützung durch eine engagierte IT-Industriepolitik, am besten auf europäischer Ebene. Sie sagen Rechenzentrum im öffentlichen Besitz. Das heißt aber gleichzeitig, dass trotzdem viele externe Dienstleister in diesen Rechenzentren arbeiten, darunter auch viele Firmen, die direkt mit Microsoft verbunden sind, oder? Wir haben da eine ganz dezidierte Sicherheitspolicy und wir gehören zu denen, die solche Risiken minimiert, wo es nur geht. Unser Rechenzentrum beherrschen wir. Wir setzen wahnsinnig viel Geld für IT-Sicherheit ein. Ungefähr 10 Prozent unserer Leute, unser Umsatzvolumen steckt da drin. Und wir sind eins der ganz wenigen Rechenzentren, die nach einem sehr hohen Level des Bundesamtes für die Sicherheit der Informationstechnik auch zertifiziert sind. Wir setzen extra Technologien ein, die den Zugang zu unserer Software, zu unserem Rechenzentrumsbetrieb, besonders kontrolliert. Und ich möchte das Rechenzentrum der öffentlichen Verwaltung sehen, das diesen Standard, den wir hier eingeführt haben, auch hält. Man kann es und DataBot tut es. Das mag sein, dass Sie da ein Vorbild sind, aber nach unseren Recherchen in den Rechenzentren des Bundes findet inzwischen so viel externes Personal, Anstellung, dass der Bund im Grunde keine Kontrolle darüber hat, was da eigentlich passiert. Also wenn es so sein sollte, was ich jetzt nicht bestätigen kann, weil ich es nicht weiß, bei DataBot ist das anders. Dieses Rechenzentrum betritt ein Externer nur am äußersten Notfall und nur unter Begleitung eines DataBot-Mitarbeiters. So wie wir heute. Herzlichen Dank. Danke schön. Danke schön. Vielen Dank.